Spectral Extra W785 ist ein Wasserreiniger zur Oberflächenvorbehandlung vor dem Lackieren. Dieses Produkt lässt sich am besten mit einem Drucksprühgerät auftragen. Zur Identifizierung des jeweiligen Reinigers farbige Kappen verwenden. Extra W785 befreit die Oberfläche wirksam von Fett- und Silikonrückständen sowie insbesondere von wasserlöslichen Verunreinigungen wie Salz- und Berührungsspuren von bloßen Händen. Der Extra W785 Reiniger verdunstet langsam, sodass auch große Flächen erfolgreich entfettet werden können. Um die Effizienz Ihrer Arbeit zu erhöhen, können Sie ihn auch zwischen den einzelnen Phasen der Lackierarbeiten wie Grundieren und Lackieren einsetzen. Bei der Entfettung von Oberflächen werden zuerst der Extra W785 Wasserreiniger und anschließend der Extra W785 Wasserreiniger verwendet. Darüber hinaus entfernt der Reiniger perfekt den Schmutz und eignet sich somit ideal für die Vorbehandlung von Oberflächen für Lackierarbeiten. Spectral – Technik zur Erhöhung der Effizienz von Werkstätten, die für hervorragende Resultate sorgen.